Ja und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von OneManageTemulia und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ach scheiße, ich habe schon wieder vergessen, den Timer einzustellen. Jetzt geht's los. So, es ist halt wirklich sehr, sehr kotzige Folge. Das wollte ich, wusste ich gerade nicht, was ich sagen sollte. Ich werde natürlich aber auch so eine Art Zeitraffer-Folge machen irgendwann mal. Wir buddeln uns jetzt einfach gerade nach unten. Was bedeutet das, so eine Art Zeitraffer-Folge? Das heißt einfach eine Minute im Zeitraffer und zwar wenn ich dann ein Clay-Bio umsuchen gehe, das auch früher oder später kommen wird. Dort werde ich einfach jetzt hier in der Abbauwelt, weiß ich nicht wie viele Kilometer in eine Richtung laufen. Ich sage mal so, wenn ich das alles in Minutenfolgen packen würde, dann könnte man davon das restliche Jahr gucken und von daher mache ich da einfach nur Zeitraffer, vierfache Geschwindigkeit. Ich denke, es ist auch ganz ansehlich. Hier, hoppla, falscher Knopf zu meiner Höhle. Die ist anscheinend noch nicht ausgebeutet. Das trifft sich ganz gut. Ob wir uns erstmal um die Kürze halten? Ich habe... Nein! Lass mich noch schnell... Bitte. Verzeiht mir, dass ich mich jetzt noch eingebaut habe. Nur, sonst sterbe ich. Wie? Ich wusste jetzt... Ich glaube nicht wie. Gut, wir werden in der nächsten Folge wohl unsere Items suchen müssen. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!